Und zum dritten Mal heute Steuernews und zwar das Thema Steuererhöhungen. Denn Lars Klingbeil von der SPD, also SPD-Chef Lars Klingbeil, plant das AfD-Hoch aktuell mit einem Drei-Punkte-Plan zu bekämpfen und das im Zusammenhang mit Steuererhöhungen. Wie das funktionieren sollte und was ihr zu wissen solltet, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ganz wichtiger Punkt, das habe ich auch in einem Video gestern schon gesagt, Thema Mindestlohnerhöhung, schaut euch das nochmal an, wenn ihr die aktuellen News dazu haben wollt. Und zwar, die SPD will jetzt nochmal eins drauflegen, weil die AfD hat ja schon gefordert, dass der Mindestlohn nicht nur auf die 12,41 Euro jetzt erhöht wird, wie es geplant ist, sondern sogar jetzt ab nächstem Jahr auf 14 Euro. Bedeutet on top nochmal 1,50 Euro ungefähr mehr pro Stunde. Damit will im Großen und Ganzen die SPD jetzt natürlich der AfD entgegentreten und sagt, hey, die fordern, ich glaube es waren irgendwas um die 13 Euro, dann fordern wir doch 14 Euro. Ganz klar natürlich an der Stelle, wie man zum Mindestlohn steht, da war ich gestern auch ein bisschen unklar, zu meiner persönlichen Meinung, aber die spielt jetzt hier keine Rolle. Und natürlich auch hier kritisiert Lars Klingbeil direkt natürlich die Arbeitgebervertreter, dass sie nur eine geringe Erhöhung des Mindestlohns durchgeführt haben und damit natürlich generell höhere Löhne in Deutschland gezahlt werden sollen. Zum Thema kann man gespalten sein. Ich möchte hier noch ein paar Zeitinformationen an der Stelle mit reinbringen. Gerade diese Thematiken wurden ja auch seitens der aktuellen Krise, die Deutschland hier hat, ich glaube, was waren es jetzt? 300.000, ich sage es mal, Wirtschaftsflüchtlinge, also vermögende Personen oder natürlich Ärzte oder auch Ingenieure, die das Land verlassen haben letztes Jahr plus on top die 132 Milliarden Auslandsinvestitionen, Kapitalabflüsse aus Deutschland heraus, die jetzt, sage ich mal, noch kommen. Da will die SPD noch mal mehr Bürokratie und mehr Kosten obendrauf laden, denn Fakt ist einfach, in bestimmten Bereichen, wir konkurrieren natürlich jetzt auf weltweiten Markt mit Amerika, China und wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch mit Indien. Das ist natürlich ein Thema und vor allem politisch heiß immer diskutiert, das Thema Mindestlohn, denn das kann man bis zu einem bestimmten Punkt treiben, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Und an der Stelle muss man sagen, Punkt Nummer zwei ist natürlich höhere Steuern. Und zwar sagt Lars Klingbeil auch ganz klar, höhere Steuern für Reiche, wobei man fairerweise dazu sagen muss oder ich sage es mal unfairerweise dazu, leider lassen viele in solchen Forderungen immer aus, ja, was bedeutet denn höhere Steuern für Reiche? Wer ist denn überhaupt reich? Denn wenn man sich zumindest jetzt aktuell auch schon mal die Progression, also das Anstieg der Steuerbelastung in Deutschland ansieht, dann ist es hier schon so, dass man teilweise ab 60.000 Euro schon in einem sehr guten Steuersatz ist und da theoretisch schon zu den Reichen gehören sollten. Aktuell ist es so, zumindest aus den Medienberichten heraus, dass hier die FDP, zumindest laut den Medienberichten, die einzige Partei sei, die in der Ampelregierung jetzt gegen diese Steuererhöhungen sind und hier vor allem auch noch, ja, was ich auch schon gesagt habe, der blaue Brief von Christian Lindner, der vor ein paar Wochen herumging, dass man hier natürlich, ja, sage ich mal, sparen muss und das natürlich auch wichtig ist. Weiteres wichtiges Thema ist natürlich hier der Bereich des Klimaschutzes und die höheren Sozialausgaben, dass diese notwendig sind, klar, aber am Ende muss man die Steuern auch einnehmen und das sind Gewinne plus zusätzlich eine Forderung, die eher, sag ich mal, wie soll ich sagen, eher, ja, Kosmetik ist und weniger jetzt wirklich, sag ich mal, ja, eine gesetzliche Änderung nach sich zieht und zwar hier, dass Kanzler Scholz und die Innenministerin ihre 3.000 Euro Inflationsprämie spenden wollen und Lars Klingbeil, ich weiß nicht, ob er selbst schon gespendet hat, fordert natürlich auch andere Minister auf, ihre 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie zu spenden. Das eigentlich nur so als Zeichen, dass man hier natürlich vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist, denn wer es mitverfolgt hat, haben ja alle Minister, die sei mal im Anstellungsverhältnis sind, hier und natürlich auch weitreichende Staatssekretäre und ähnliches, jetzt die 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie bekommen, was natürlich auch etwas kommunikativ schief gelaufen ist, denn hier war es zum Beispiel so, dass ja, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, aber gesagt hat, ja, wir haben seit Corona auf so viel verzichtet, ich weiß nicht, ob es ein Abgeordneter oder ein Minister war und da hat sich schon die Frage gestellt, was ja auch kritikwürdig war und warum Klingbeil das jetzt fordert und warum Scholz das auch gemacht hat, weil es natürlich schon darum geht, dass man sagt, okay, es gab zumindest für viele Bundestagsabgeordnete, also für alle Bundestagsabgeordnete, hier vor allem auch während der Corona-Situation massive Erleichterungen und natürlich auch Erhöhungen, was natürlich hier schon relevant ist, denn jeder Bundestagsabgeordnete und jeder, der, sag ich mal, in höheren Positionen investiert ist, verdient 10.000 Euro und mehr im Monat und von daher muss man ganz klar sagen, ist das natürlich jetzt mehr so Kosmetik, um eventuell so einen pressetechnischen GAU, der ja da vor ein paar Wochen erzeugt worden ist, nochmal einzufangen. An der Stelle natürlich jetzt der Lars Klingbeil, hier wieder mit Steuererhöhungen für Reiche, wie gesagt, aber genaue Themen, was er genau fordert, bleibt jetzt natürlich offen. Das Thema Soli ist ja noch ein Thema, es gibt ja auch noch Corona-Sonderabgabe, die hier ein Thema war und auch ein Thema, was ich durchaus auch spannend finde, oder es kann natürlich das werden mit dem Vermögensregister beziehungsweise der kommenden Vermögenssteuer, denn, wie gesagt, wenn man so zumindest einige Beiträge liest, also jetzt nicht nur Beiträge, was weiß ich, von irgendeinem Blog im Internet, sondern seitens der EU-Veröffentlichungen oder seitens Gutachten auch die Politik nahe sind, also Politiker nahe sind, die dann plötzlich darüber auch berichten oder auch, sag ich mal, von Unternehmen, die vielleicht mit Behörden zusammenarbeiten und da einen tiefen Einblick haben, hört man schon, dass da durchaus etwas kommen könnte und das haben wir ja schon gesagt, Vermögensregister 2024, 2025, meine Einschätzung eher 25-26, weil dann wahrscheinlich hier auch grundsteuertechnisch alles durch ist, plus und top natürlich die ganzen weiteren Register, die ja kommen sollen im Bereich Kryptowährungen, auch eingefädelt werden. Hier hatten wir das Thema Mika vor ein paar Wochen, dementsprechend ein sehr heißes Thema, sehr heiße Zeiten und nicht nur wettertechnisch, sondern auch was hier jetzt kommt, denn Fakt ist, wenn die Ampelkoalition hier natürlich etwas zum Guten wenden will, dann muss sie jetzt liefern, denn es ist ja jetzt auch bald Halbzeit, was bedeutet, da muss geschaut werden, wer die nächste Regierung stellt, ob es eine Ampel ist, eine große Koalition oder vielleicht, und das ist ein großer Punkt, der ja aktuell sehr stark diskutiert wird, ist ja auch, wie stark wird die AfD, vor allem jetzt nach dem Ereignis letzte Woche in Sonnenberg. Mich würde deine Meinung dazu interessieren, ab damit unten in die Kommentare. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag, bleib gesund und denk dran, Steuern spart, wer Steuern plant.